da geht sie genau aus alles klar alles klar so wir brauchen brauchen das da so dann probieren wir da hinten ist genau so anpassen immer vorerst einmal hier hin dann hole mal nachher wieder ein rot die nehmen wir in rot das ist für sie es wie sie nehmen auf jeden fall in rot nicht geil nur die 1200 wert und dann nehmen wir nur praktisches visier ich ganz billig aber ich schon okay so und wie viel kriege ich da jetzt es ist nicht verboten selbstversorger zu sein na gut ab geht's da unten ist schon der konvoi und silo möchte hier gesprengt werden merke gerade was hält denn der aus so und jetzt sind die fahrzeuge dran was sind wir die platt machen soll nick könnt ihr auch ach so nee 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 warte mal ich habe eine idee wir müssen noch mal runter scheiße jetzt muss ich da durch den wald durch das ist nicht blöde straße sagen wir da hinten noch ach komm komm da vorbei alle mich verarschen da vorbei so wie geht das jetzt oh nee warte mal oh gott kacke 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 oh man ey ich brauche eine gescheite karre das ist eine müllkarre mit der karre kann es nichts anfangen ich brauche einfach eine gescheite karre nicht so ein abfallprodukt dem kann ich nichts anfangen hat er null aus ey was ist das für eine scheiß karre was habe ich denn jetzt auch wieder diese drecks karre ey gott ich bin froh dass wir alle der kämpfe vorbei sind wir haben andere wo wir nicht zu tun joseph spuckt immer noch feuer und diesen drachen müssen wir erschlagen ist keiner in der nähe hier sind das jetzt nur mehr zwei warte mal da da ist er ich brauche eine gescheite karre das ist das problem so tatsächlich so ist ich habe schon gemacht In der Gegend wurden Judges gemeldet. Sie dürfen nicht zu Perkins. Wir brauchen ihre Ergebnisse. Hä? In der Gegend wurden Judges gemeldet. Sie dürfen nicht zu Perkins. Wir brauchen ihre Ergebnisse. Wenn wir Jacob besiegen wollen, sehen wir nach, ob es ihr gut geht. Wir finden einen Weg, sie büßen zu lassen. So, jetzt dreht ihr den Arsch da oben. Die Karre hält nichts aus. Das ist das Problem. So, krieg jetzt... Oh, nicht der! Ne, 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 du Trottlo! Alter! Du Idiot! Fahr weg, es ist exkludiert immer wieder die Karre da. Oh, meine Karre! Du dummer Hund! Der hat meine Karre kaputt gemacht, der Trottlo. Der ist ja doof. Naja, wie auch immer. So, der Nick muss das jetzt auch ein bissl reißen. Könnt man das so machen? Ich brauch ne neue Karre, ey. Ich weiß ne Karre. Alter! Junge! Alter! Alter! Der geht ab! Oh, wo ist denn mit ihm los? Junge, Junge, der geht ab. What the fuck? Ey, ich brauch die Karre! Verdammte Kacke! Mann! So ein Scheiß! Oh, ne Karre! Was gibt denn hier alles dagegen? Ja, ja, bleib da, bleib da, bleib da! Hey, hallo, hier! Hallo! Alter! Bleib doch mal stehen! Ah, du bist dann, oder? So, haben wir jetzt eine Ruhe. Sehr schön! Ich brauch nämlich diese Karre hier. Wie weit sind die jetzt weg? Ah, vorne sind sie. Das sind aber nicht die. Nein, nein, das sind die anderen. Entschuldigung. Da sind die, 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 die. Aber die fahren halt in diese Richtung. Das ist das Problem. Boah, Alter. Lass mich hier nicht mehr verarschen von denen. Ja, der sollte ruhig mal angreifen. Ich habe in 2K einen Aufdruck gegeben, aber eigentlich nehme ich an, dass er ein bisschen automatisch mitmacht. Nur einer fehlt, glaube ich, noch, oder? Oder haben wir alle? Irgendwas fehlt da noch, oder? Nee. Nee, ich habe die. Geil. Ich habe den Dippen sogar. Oh, Straßensperren. Uncool. Hallo. Boah, du Penner. Junge, wo hast du Auto fahren gelernt? Boah, Alter. Pisser. Aber danke für die Carry, Leute. Das ist sehr, sehr nett. Wirklich. Haben wir die Dippen mal aufs Dach gelegt. So, warte mal. Wo ist denn der jetzt? Machen wir den da drüben zuerst? Haben die Penner hier Straßensperren jetzt, hä? Jetzt habe ich ja eine Idee. Mit dem kann man besser arbeiten. So, jetzt können Sie jetzt gerne auf mich ballern, Alter. Jetzt gibt es was auf dem Haul hier. Jetzt können wir mit der Last rein. So. Spend das Windows rum, wenn ich nicht so viel Hupe. So, wir kommen da jetzt rüber. 200 Meter rechts von mir. Mal auf die Karte schauen. Wir kommen da rüber. Ich muss rechts. Wir müssen irgendwie durch den Wald durch. Ich kann ja nicht mit dem Laster durch den Wald durch. Das ist scheiße. Hau ab. Ja, sag ich doch, das funktioniert. Haha. Oh, scheiße. Die sind sauer. Alter. Peace, Bros. Jetzt gibt's aufs Maul, da. Ah, da sind die lästig. Die schießen mal den Elkawitz am. Oh, scheiße. Das ist doch falsch, hä? Oh, Gott. Gott, 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 Gott. Oh. Alter. Keine Heilung mehr. Das ist mein Problem gerade. Oh, nein. Scheiße. Ich muss näher ran. Das wird von hier nix. Willkommen in Lufthandriff County. Hey, kann du denn nicht jetzt hinterherlaufen, ne? Das ist aber so... Scheiße ist das. Nick, mach den platt. Mal schauen, ob er es hinkriegt. Ja, der hat es weggemacht. Geil. Aua. Ey. Warte mal, Karrenru. Brauch ich noch. Oh. 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 Pisse, ey. So. Sie gerade an schweren Fahrzeugen oft schäden. Ihre Speditionen aus Montana... So. Das haben wir eigentlich. Jetzt muss ich nur mit den einen machen. Also die Konvoi-Skin eigentlich. Ich meine, wenn man das halbwegs... Zeit macht, geht's. So, jetzt müssen wir da hin. Wo fahren jetzt am besten? Rechts oder links? Links. Du bringst John echt auf die... In diesen Wäldern sind Unmengen von Judges. Wenn Bo nicht aufpasst, erwischen sie ihn. Er muss in der Nähe sein. Suchen wir ihn. Da haben wir jetzt aber keine... Keine Zeit. Ich habe einen anderen Auftrag. Aber können wir nachher machen. Boah, Jungs. Geschmeidig bleiben. Also man muss ihn lang. Hier. Alter, die geben ja Stoffe. Ich bin jetzt mal nach rechts. Was ist das? Alter, ein Junge lernt Autofahren. Oh, Entschuldigung. Oh, da drüben ist er. Der Nick ist geil als Begleiter, muss ich sagen. Ich glaube, die kommen sogar zu mir her. Ne, die fahren weg, scheiße. Oh, da drüben ist er. Oh, da drüben ist er. Oh, da drüben ist er. Ja, läuft er. Den Rest macht er Nick. Boom, zack, schakelack. Like a pro. Wow, das war eine Nebenmission, aber ich finde die härteste eigentlich bis jetzt. Aber auch eine der geilsten. Und Money gibt's da. Wow, wow. So, das hat er richtig gut funktioniert. So, das hat er richtig gut funktioniert. Dann können wir sie ja jetzt was anderes suchen. Erfliegen ist glaube ich nicht so. Der Hit sollte ich einfach lassen. Wir können es ja probieren. So, mal rechts rüber. Du musst durch den Wald, das geht ihm schnell an. Ach du scheiße, das ist ein dichter Wald. Scheiße. Aber egal, ich bin schon da mehr oder weniger. Schöner eingepackt habe ich, ne? Like a pro. Scheiße. Ja, das gefällt ihm in seiner Pumpe, ey. Oh, wir haben ihn. Hä? Wer denn? Ja, du. Nick, mach den weg. Ey, 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 ey. Wo schießt denn da auf mich? Ein Heli oder was? Heli versus Nick. Das wird lustig. Ey. Jo, Truthahn. Lol. Willst du mich verarschen? Blödes Federvieh. Denk mal gerade, wer sind da so... Oh Gott. Maul. Ein Truthahn geht mir im Sack. Ich glaub das nicht. Ich hab's. Jetzt reicht's mal. Die Schnauze ist voll von dir da oben. Junge, Junge, jetzt waren die am Boden auch noch, aber egal. So, wir werden dann ein kleines Speicherchen machen und wir sehen uns dann in den nächsten Paar. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020